Hochtal ist es schon mehrmals zu treffen der Hells Angels in einem Café gekommen, die allerdings friedlich verliefen. Darüber hinaus gibt es im Stadtteil Sandheide ein Geschäft, in dem Unterstützerartikel für die Hells Angels verkauft werden. Anwalt kritisiert Einsatz Hells Angels Anwalt Wolf Bonn kritisierte den Großeinsatz am Mittwoch. Die Polizei sei über das Ziel hinausgeschossen, sagte er. Da sind Dinge beschlagnahmt worden, die nicht vom Beschluss des Verwaltungsgerichts Düsseldorf umfasst sind, sagte Bonn, der die Hells Angels und den Clan 81 vertritt. Der Gerichtsbeschluss erlaube zwar die Beschlagnahme von gewissen Beweismitteln, die Polizei habe aber auch Privateigentum wie etwa Motorräder, Uhren, Bargeld und sogar eine Bachelorarbeit mitgenommen. Wir versuchen nun uns einen Überblick über die Maßnahmen und betroffenen Personen zu verschaffen und prüfen rechtliche Schritte gegen das Vereinsverbot, sagte der Anwalt. Innenminister Herbert Reul widersprach bei den Motorrädern, handele es sich um Vereinsvermögen. Wenn die Damen und Herren aus diesem Club der Meinung sind, das wäre falsch, gibt es die Möglichkeit, das zu beweisen. Die sind jetzt bei uns und stehen sicher verwahrt, sagte Reul. Mit Material von der Nachrichtenagentur dpa. Verpassen Sie keine Nachrichten aus der Region. Wir schicken Ihnen eine Übersicht per WhatsApp. Melden Sie sich jetzt an.